Oh, soll ich das etwa alles lesen? Ja, ich sorge dafür, dass die Furiosen fünf sich nicht verlaufen. Hilf mir. Überfliegen reicht aber aus. Nein, nein. Oh. Was ist denn mit euch los? Kommt schon, ihr kennt mich. Ich konnte dir mich einfach vergessen. Das ist echt wichtig. Vielleicht schaffe ich das auch. Moment, wenn du geglaubt hast, wir würden dich erkennen. Dann musst du wissen, wer wir sind. Wie gut, dass wir dich getroffen haben. Ja, ja, das ist wirklich cool. Sogar ganz exzellent. Und zwar, weil ich Taute bin euer Kung-Fu-Meister. Meister Taute. Du bist Nudel, du bist Gofi, Großmatz, Flurikantenklo und Edwin. Das ist doch. Mach du nur das. Wir haben so viele Fragen, Meister. Was denn, wer wir sind? Woher kommen wir? Oh, ja, ihr seid meine Schüler. Ihr seid meine Schüler, solange man denken kann. Ich habe euch mein spezielles Kung-Fu gelehrt, das zu meinen unglaublichen Kampfmaschinen gehört, die alle im Tal mächtig beeindruckt haben. Sie feierten mein brillantes Chemie. Und obwohl wir sie ein ums andere Mal verneteten, kamen Krieg, wo es Folter und Poe immer wieder zurück. Mit meiner Nacht, beim letzten Kampf gegen sie, habe ich euch das Leben gerettet. Ihr solltet also nett zu mir sein. Und dann, äh, gab es da noch eine riesige Torte, die Augen hatte oder so was. Ende. Die Torte kommt mir bekannt vor. Wie auch immer, kurz um mir tut, was ich euch sage. Taute! Ergleich sie! Was hat das zu begeistern? Halt deine Klappe, Schifo ist voll doof. Nun, Schifo ist voll doof, endlich treffe ich dich. Wieder! Ja. Worauf wartet ihr noch? Jetzt vermöbel diesen Typen! Schnurrikantenklo! Angriff! Warte, ich will dir nicht wehtun. Mach dir deswegen keine Sorgen, Schifo ist voll doof. Ha! Hört mich an! Was wir euch auch erzählt haben, mag ich wie nicht euer Feind. Morgen, Seth! Wieso würdet ihr ihn angreifen, wenn er nicht euer Feind wäre? Genre, pass auf, Hosenmann! Los, zeig dem Duffy! Ludel, du bist dran! Einfallbrecher, El Storkud! El Storkud, das ist wirklich ziemlich lustig. Blablabla, unglaschliche Schmerz, den Kopf instruiert, weiß ich schon. Ach, da geht es! Ich hole dir den Topf, Alter! Ach, das freundlich gar nicht so! Oh, es ist das Heide! Oh, es ist das Heide! Oh, es ist das Heide! Ah! Aua! Ah! Was? Was hab ich da überlesen? Der Käfig öffnet sich mit einem Schlüssel. Dieser Schlüssel befindet sich am Anfang des Torridors. Och Mann! Aua! Moment! Wir sollten den Alabaster-Dop der Erinnerung in den Hansen-Helst in den zweiten Schlüssel, um die Fallen des Korridors zu erschaffen. Dem zweiten! Schlüssel! 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 Ja! Haha! Ja! Höre ich Rüchte meines Torrns! Nun wirst du den Tag bereuen, an dem du mich mit deiner Buchhaltung beleidigt hast. Bereu! Ich hab den Alabaster-Dop der Erinnerung! Und teile ihn hinter... Ähm... Ja! Ja!